Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Aber weißt du, ich bin zwar ganz schön am schwitzen. Ich habe extra einen Feisenduft aufgelegt. Den habe ich ja mal von einer Schwitzkabustin zum Gefortbrach geschenkt. Feisenduft? Ja. Und ich dachte, wir sind eine Filze, die Gute wieder zu stinken. Was hast du für euch? Ach, nicht. Tabak und Mistier. Woher hast du denn Alkohol? Ich doch. Nichts. Das ist doch alles los als Zuppe, Mann. Ruh dich jetzt so lange aus. Ja. Komm mal zu Tränen. Uiui. Halt wohl. Bitte. Hör ihn ruhig. Ja, von oben. Und unten. Ich bin nicht unten. Kommt. 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 Ihr habt ja wenige Angst! Aber das ist schon eine Vormittelschap, muß ich euch nicht spaß? Warum geht es euch nicht so wie das Sau-Bitsch? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Bei mir ist das doch auch wie so ein Diesel! Das war doch früher schon! Was? Wie ein Diesel? Wie meinst du das? Alle Lachlame! So ein Diesel, den musst du vorglühen! Ist doch was passiert! Oh, zu und da ich war! Aber am lauen Willen ist doch noch bestimmt die beiden Raketen doch! Aber vielleicht vermisst die mit einem guten Abend! Nämlich die kleinere! Ihr habt aber ein schönes Zimmer und so aufgeräumt! Ach, das ist nicht immer so! Aber, sag mal! Wollt ihr einen schnapp? Ja, klar! Schnapp, dann macht euch locker! Dann haut euch gleich noch locker! Schau, schau doch mal in den Nachtdischkästle dort! Tuch einen Haufen Lächer in seinem Bahn! Schau, schau! Schau, schau! Der haut euch gleich der Richtige! Der haut euch gleich vom Hocker! So, hier! Oh, Dankeschön! Oha! 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 Ja! Puh! Oha! Ich bin ausgeteilt. Auskommen! Ich schlafe nicht nach der Rechten! Bestimmt! Ei, ich komme! Am Lohn! Geht? Was ist denn mit meinen 100 Euro? Lohn! Schwarz! Die Lohn! Ei, ja, ja! Bei Geld bist du vergast, nicht geil? Die Lohn! Ja, ja! Ende des Gutes fattest du noch auf! Ja, ja! Kann ich mir die Lohnung sein? Ja, ja! Kender 6 Saar Gutes Nacht Bivers Ja, Und den Morgen Sonnenschein! Du hast jetzt gewahrt, jetzt geht's! So, Mutti, bist du schon wach? Ja! Es geht kein weh, man bringt die Klampe! Oh, ich wusste gar nicht, dass ich noch so gut schloss kann! Hier! Mach doch was, du musst nicht trauen! Ja! Ja! Ah! Oh, mach das auch! Oh, mach das auch! Was? Das kannst du laut saufen! Na, ich hab doch mein Brille noch sagen! Komisch aus! Wie hat sie noch im Müll gehasen? Och, sie hat mich die ganze Zeit mit ihren großen Argen so angekündigt! Hm, wie hat die gehiesen? Hat die Mini gehiesen? Na, das war ehrlich was mit A am Ende! Und Müller auch das tun! Hm, und die kamen, die kamen in Schweden! Was? Was? Aber, ich dachte, die Wende, wenn er zählt, dann... Das war ein superart! Was kannst du laut saufen? Einmal superart! Einmal superart! Frau Müll, wie hat denn das überhaupt alles angefangen? Hast du deine Fiese mit oben? Ich glaube, ich hab sie nie in Gericht! Ich hab's nur geblieben! Ich hab's nur geblieben! Ich hab's nur geblieben! Ich hab's nur geblieben! Kein weh' immerhin, weil ich schmeichne es noch so! Ja, Herr Rein! Gute Morgen! Die Herren! Woll ein bisschen später aus heute Morgen! Ach, na ja, wir haben ein wenig verstoßen, Frau Dr. Monika! Aber was will man denn so hin und schon verzeugen? Das Frühstück zum Beispiel. Ich will aber nicht mal schon wieder aus euch, he? Da war halt bloß nix, geil. Ich könnte doch schweifen wie ich gerade. Das ist ja so, das war halt nix. So, jetzt aber ab zum Frühstück. Aber hast du denn jetzt gewollt, Mensch? Du sollst nur auf dich aufpassen. Das kann doch nicht so schwer sein. Du sollst nur an der Dame. Du musst denn ja. Und? Habt ihr denn gewollt? Ja. Ah, ne, oder sieht ihr wieder aus dem Buch? Ha, ich hab keinen großen Involator auf dem Gang gewollt. Ich will jetzt ja eng. Aber, die wird doch wohl nicht... Die wird doch wohl nicht... Ich wollte doch nach dem Zell. Na, weiß Gott, woher? Oben dort sah ich schwimmen gebraten. Die schwimmt mal links, die schwimmt mal rechts. Die ist von weiblichen Geschlechten. Ihr Hintersaal, das ist vermogen. In diesem Sinne. Ha, ich war ganz tief und fest geschlafen. Ha, ich weiß nicht, dass wir früher morgen gleich so viele zu sein. Ha, wie oft denn nun gedacht, das ist doch unser Zimmer. Oh, jetzt mal weg, was ich mit daran gemacht hab. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Na, ist das denn, wie was ich mit dem Verrück? Was ich mit dem Verrück? Oh, wie ist das denn? Wir wissen, wie es mit dem Verrück? So, als bin ich so direkt ein Konzentrat. Untertitelung des ZDF, 2020